Eines der strategischen Ziele der Inselgruppe ist die Digitalisierung. Wir investieren in unser klinisches Informations- und Steuerungssystem EPIC und in die telemedizinische Forschung und Entwicklung. Das Center for Artificial Intelligence in Medizin spielt eine zentrale Rolle in der Erfüllung dieses strategischen Ziels. Im Keim werden wir unsere Kompetenz in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen und Informatik bündeln. So öffnen wir innovativen medizinischen Technologien den Weg in die Zukunft. Mit dem Keim setzen wir ein Zeichen. Gemeinsam sind wir stark.